Musik Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video Ja, wieder mit Marysana Seid ihr dafür, dass wir zwei mal im Monat oder ein bis zwei mal im Monat was mit Marysana machen? Dann, gebt einen Daumen nach oben und schreibt eure Kommentare Die Challenge, wir haben das traust du bla 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 Und zwar sind hier einmal sagt die Wahrheit oder halt lüg sie an Und hier sind Aufgaben Hast du dich vermischt? Ja Okay, wir ziehen erst, ob wir Lügen oder die Wahrheit sagen müssen Und dann die Aufgaben Und... Ja Ihr werdet das im Laufe des Videos jetzt kapieren Ich fang an Und muss meinen Zettel ziehen Ich blende euch das unten ein Ich werde dir jetzt nicht ein halbes Glas Wasser über den Kopf schicken Du lügst Und ich lüge? Ja Ich sag die Wahrheit Nein! Okay, kein Punkt für sie Nein! Ich werde dir nicht mit Bion ins Gesicht schlagen Ich werde dir jetzt nicht über große Dippen schicken Ich werde dir jetzt nicht über große Dippen schicken Ich lerne jetzt nur noch mit 23 Jahren Ich werde erst mal mit den Kopf schicken Ich werde sie nicht übersehen Ich werde sie nur schicken Und denen bleibt mir dasだけ Ich werde ihn nicht übergeben Ich werde mich nicht übernehmen Ja, mein Junge! Bist du echt vorbeschutzt? Nööööö! Bist du doof? Ne, ne, ne... Okay, machen! Und ich werde dir nicht einen Hund mit Eis und Erdnussbutter geben. Du sagst die Wahrheit. Sicher? Ja. Ja, er ist aufgrund. Ich werde dir jetzt keine Backpfeife geben. Du wügst. Du sagst die Wahrheit. Achso. Perfekt aufkommt. Ja, jetzt bin ich da. Es gilt ja nur zwei. Dann weißt du ja, was ich rausnehme. Nein. Ich werde nicht eine peilische Instastory machen. Machst du nicht? Sag ich die Wahrheit oder lief ich. Ja, dann darfst du auch nicht machen. Ich weiß. Aber du hast einen Punkt. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Du älst das jetzt? Ich hab zwei. Darf ich nicht irgendwas anderes? Nein, ich krieg... Wir haben das schon versprochen. Also. Komm, irgendwas Fieseres. Nein, ich bereist es vor. Ich kotze dich voll. Okay, warte. Wir beenden jetzt. Okay. Tschüss. Das war's jetzt mit dem Video. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Viele Pennen wäre auch gut.